hey internet und youtube zurück im glück und jetzt da muss ich zum rufzeichen was soll's kommt ihr mir nicht nicht mehr aber so flippig aus dankeschön was ist hier los? hey vorsicht wo ihr hinschießt soll ich den nennen? je deppen ihr müsst auf sie schießen ok das war keine gute idee hier mich einzumischen das war keine gute idee vor allem nicht ohne deckung der Typ macht mich fertig hey ich hab kaum munition na halleluja du shit sieben Schuss kann ja nicht dein Ernst sein Kopfschuss das einzig wahre ok und jetzt sind alle tot du Idiot wow jetzt sterbe ich wegen einem blöden Viech boah ist das dein Ernst ok warum ich muss mich nicht einmischen es geht mich gar nichts an das geht mich gar nichts an vielleicht geht es mich auch an naja es geht mich gar nichts an schön in Ruhe lassen mit diesem ganzen Blödsinn ich möchte nur meinen Frieden beziehungsweise woanders meine Explosions oh shhh nope ich hab das fallen lassen habt ihr es ihr müsst auf den Kopf schießen ich wurde schon wieder getroffen hier bitteschön keine Panik so mag ich das hinzukommen und nichts dafür tun müssen das war sehr romantisch was ist das ich wäre amused oh nicht über das oder oh no na hauptsache Fernseher erst scheiß sammeln um scheiß freizuschalten dann kriege ich den scheiß alles klar ist der tot er ist das dann gib mir mal so niemand sagen ich habe hier einen heilig getötet hey lass meine Freundin rum ah haha sehr gut was dir schmeckt mein Freund ich bin jetzt sicher irgendwas wichtigem vorbeigegangen richtig what shells würde ich sagen oh verdammt ich wollte doch Munition weil ich hab nicht unbedingt viel Munition ich bin jetzt gleich beim Ziel schabernack na 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 wer hier da unten halt auf damit doch ich bin jetzt an den koordinaten perfekt weiner das ist mein job ok dr carlisle ist in der schatma station einer biowaffenfabrik auf einer neuen insel es gibt einen posten auf einem grad mit blick über die meerringe benutzen sie den hängegleiter dort missionsziel hängegleiter sichern yes hängegleiter live ah verdammt mein guter pfeil gib mir wieder b 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 easy going jetzt er hat keine ahnung was gerade mit seinem kumpel passiert ist das war sehr kopflos von ihm ich bin zu faul um zu bestehlen jedes mal jetzt okay i did it i would say dann lass mal interagieren mein freund mit ad what dark sagten sie nicht was von bio waffen wir wollten die russen übertrumpfen wir hofften das drachen lot würde unsere streitkräfte stärken dann entdeckten wir seine wirkung auf normale menschen es verwandelte sie in bilder lassen sie mich raten sie hatten vor es lohn wieder auszureden aber er hat nur mehr raketen angefordert wie die roten späre und er hat sie bestückt gegen den ivan gegen alle rags ich glaube er zählt auf die ganze welt und dr ich setze ihm und seine operation ein ende doch niemand bedroht wir werden gleich beschossen möchte ich dazu nur ist nicht gut ist nicht gut wieso werde ich getroffen mir gefällt das ganz und gar nicht mir gefällt das überhaupt nicht wohin 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 ich gleite einfach ich gleite auf checkpoint dann ist ja alles gut hallo ok ich bin auf der insel auf der insel mission hintereingang penetrieren hintereingang penetrieren was ist so schmutzig ich bitte um aufmerksamkeit unsere letzte handgranatenlieferung ist defekt und schaltet nur scharf wenn sie sagen granate unterwegs granate unterwegs achto durchsage ich habe versichtlich den trigger code für ihre granaten über die lautsprecheranlage verbreitet und die ganzen granaten gezündet ich entschuldige mich bei allen die verstümmelt oder getötet wurden ok oh was ist das das ist doch so ein komischer automat von dem ich schon längst vergessen habe wie das funktioniert ok munition auffüllen gibt mir alles fast also ich habe alles ja ja ist klar ich habe ja alles natürlich Achtung durchsage die granaten reagieren außerdem auf frist das erstmal kurz kurz ein e halten lass mich nochmal hier nachsehen nämlich bei waffen bogenflamer terra ach das war die koppelkorn in besitz war hier aber nicht die ausrüsten und zwar mit flamer mal warte anpassen ach verdammt alles das war alles gesperrt mama mia die und hier war noch der schalte im form alright zurück die hat so wenig munition aber gut was solls ich mag sie trotzdem ok hier ist es sehr finster ich geh mal hier rein warte 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 Entschuldigung! Entschuldigung! Ich würde sagen... Die Sachen wieder? Shit! Ich sollte die Kamera benutzen, dann würde ich sie sehen. Was ist das? Und dann, ich hab die blauen... Pfeiler! Ein bisschen Übersicht. So ein großer Heini. Wunderbar. Ich könnte ja auch das Vieh freilassen, natürlich. Okay, warum sollte ich mich mit denen ab... Oh, shit. Wer? Au! Wer, 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 wer will mich erkennen? Hm? Dreh dich her zu mir oder bleib stehen! Besser bleib stehen! Jesus Christ! Jetzt geht er weiter, der Idiose! Das drin war ne Ahnung! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Shit! Hier ist niemand! Hier ist absolut niemand! Hier liegt auch keine Leiche! Ich weiß gar nicht, was die haben! Ich weiß gar nicht, was die haben! Ich weiß gar nicht, was die haben, was die ist! Ich weiß gar nicht, was die haben, was die haben. Ich weiß gar nicht, was die haben. Wo auch immer der ist jetzt wieder. Wahrscheinlich dort, wo der eckige Gedanze ist. Wer entdeckt mich hier dauernd? Ich hab echt keine Zeit. Um entdeckt zu werden. Na, weiß ich. Sind da. Fight! Verdammt nochmal, bleib stehen. Ich werde dich mit einem Pfeil töten. So sieht es nämlich aus. Wie peinlich ist das, hä? So sieht es nämlich aus. Oh oh. Sie sind nicht mehr amused. Oh, oh shit. Warum will ich? Lade ich nach? Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wow, mit Fürsicher. So sieht's aus, Freund. Interrogatione. Sie können Stürze aus fast jeder Höhe überleben. Fast. Okay, was ist fast? Fast ist... Fast ist mir eigentlich zu wenig. Goooost! Oh, scheiße! Dark, bin drin. Dr. Carlisle leitet das Projekt zur aerosolierung des Blutes für die roten Speer. Du was? Okay. Ich sah die Resultate seiner Experimente. Es war grauenhaft. Keine Sorge, Doc. Ich stoppe ihn. Das ist eine Rex-Kult-Garantie. Mission. Dr. Carlisle in... No problemo. Hoffentlich. Hier ist ja niemand. Hier ist ja alles tot. Oh, what? Außer Spesen nichts gewesen. Das kann ich mir doch gar nicht... Sergeant Rex Powercode. Zu ihrem letzten Tag auf Erden. Nanana, wer wird denn gleich so fröhlich sein? Befehl nicht ausführbaren Kragenwahrer und sich der nächste Fertigstellungsphase. Wie bitte? Du nutzloses Stück veralteter Abit-Hapel! Berlin ist nicht fertig! Ich bin nicht froh. Heilen! Was zum Henker? Das war nicht gerade prickelnd jetzt das Ganze. Aber... Puh! Das schon. Ich lebe. Ich bin so was? Egal. Die Technik ist bewundernswert. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings gibt es dann keine Handys mehr, mit denen man telefonieren kann. Nur noch Apps. Das ist eine Tragödie, nicht wahr? Wo ist hier Gordon? Also... Wow. Verdammt noch mal, jetzt bleib doch. Bleib doch mal ruhig stehen, mein Freund. Es wird alles gut. lebensfeindliche anzeichen entdeckt aus dem nicht sagt möglicherweise etwas abwechslung das geht nach hinten los ich schieße auf niemanden ich meine ich schieße auf alles könnte ich noch mal munition aber das ist mir jetzt okay dann geht mir noch mal eh halten mein freund munition 88 ist doch ein klacks oh dann kommen die typen hier raus die mir doch nicht hier rauskommen oder das wäre echt ungünstig i have to say verdammt oh mein gott so ein mist mach das nicht noch einmal wo bist du hingelaufen woher dahin genau sollte wo ich muss sie wollen das ding beschützen nicht mit mir ich gehe dann einfach hier rein was heißt die teile komm mal rauf was stand hier komm mal rauf zwei minuten ja ich habe nicht ewig ich habe ewig Zeit überraschung mein freund moment ich kümmere mich um die tür ja heute noch dagegen jemand hat das vergessen mit der tür schieeeet schieeeet Stipp, 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 stipp. Was hast du für mich? Du mach hin, ey, jetzt. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Ich öffne jetzt die Tür. Missionsziel, Ausgang nehmen. What is this? Ausgang. Ich meine, ich weiß, was der Ausgang ist, aber. Nur nicht den Kopf verlieren. Ja, ja. Gib mir die Munition und sei ein lieber kleiner Soldat. Kann ich ja nicht Medizin kaufen oder so, Mist. Oder habe ich das automatisch getan? Ich habe gar nicht nachgesehen. Konsumartikel? Für alle Wehwehchen. Was soll das heißen? Okay. Körperpanzer hatte ich, oder? Nicht? Ah, okay. Okay, perfekt. Nun. I did it. I have it. I want it. I do it. Alles auf einmal. Ich will keine Rennzombies. Warum hast du das jetzt gesagt? Ich möchte keine Rennzombies, bitte. Wenn sie sich das irgendwie einrichten lassen könnte. Holy Moji. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.